Haben Sie einen Baum mit einem Wurzelballen aus Draht erhalten? Dann lassen Sie diesen intakt. Wenn Sie einen Baum in der Zeit von Oktober bis Mai bestellen, wird dieser meist mit einem Wurzelballen aus Draht geliefert. Einer der Gründe dafür ist, dass das Wurzelsystem geschützt bleibt. Der Drahtwurzelballen ist an einem Jutesack mit Drahtkorb zu erkennen. Diese sollte bei der Pflanzung eines Baumes niemals entfernt werden. Jute zersetzt sich schnell und die Wurzeln wachsen durch sie hindurch. Daher kann der Wurzelballen in seiner Gesamtheit gepflanzt werden.